Habeck, die Umweltsau. Die Ampelregierung hat die Braunkohle reaktiviert. Sie hat mit ihrem Heizungsgesetz einen Boom verursacht bei neuen Gas- und Ölheizungen. Sie baut jetzt 20 neue Gaskraftwerke und sie subventioniert mit dem Industriestrompreis genau die Unternehmen und Industrien, die ganz besonders dreckig sind. Und Deutschland glaubt, es leidet unter einer Klimapolitik. Dabei haben wir eher das Gegenteil davon. Und diese ganzen Wirrungen, die haben aber Konsequenzen. Die meisten denken ja, die Klimapolitik, so wie wir sie haben, die läuft jetzt und die ist beschlossene Sache. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass das alles jetzt wieder in sich zusammenfällt und dass schon dieses Jahr 2024 für die Klimapolitik ein Schicksalsjahr wird. 2024 ist ein Superwahljahr. 40 Prozent der Weltbevölkerung können wählen. Und wir haben ja auch schon Wahlen gehabt in Indonesien, in Thailand, in Pakistan. Und vor allem haben wir ja auch Bundestagswahlen gehabt. Zumindest in Berlin. Da hat man die ja nachgeholt jetzt aus den bekannten Gründen. Groß geändert hat sich dadurch natürlich nichts. Birgit Mahlsack-Winkemann, die inzwischen ja wegen Terrorverdachts in U-Haft sitzt, die hat ihr Ergebnis nochmal leicht steigern können. Das ist Berliniken. Aber sonst 220.000 Berliner, die haben ihre Stimme wieder abgegeben jetzt. Aber der Bundestag hat sich dadurch natürlich nicht groß verändert. Und die Gewichtungen, wie auch. Und das ist ja sowieso so ein bisschen das Grundproblem. Ob man jetzt als Einzelner überhaupt wählt und was man wählt, das spielt im Großen und Ganzen überhaupt keine Rolle. Nur wenn jeder so denkt, dann funktioniert natürlich die Demokratie nicht mehr. Und darum machen wir trotzdem alle unser Kreuz. Das ist also eher so eine Art religiöser Kultakt. Und beim Klimaschutz ist es aber eben leider auch so. Jeder Einzelne kann das Klima retten wollen, wie er will. Es ändert nichts. Und Deutschland insgesamt ist ja auch nur für weniger als drei Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Das heißt, was wir da machen oder nicht machen, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Nur wenn alle so denken, dann wird mit dem Ganzen natürlich auch nichts. Das ist das erste große Problem der Klimapolitik. Und das zweite ist, wenn unsere Klimapolitik so ist, dass die Industrie vertreibt in Länder mit einer Klimapolitik, die nicht so streng ist, dann hilft das dem Klima nichts und wir werden aber dadurch ärmer. Und das kann man drehen und wenden, wie man will, das alles. Man kommt aber nicht dran vorbei. Meine These heute ist, die Klimapolitik, so wie wir sie kennen und so wie man sich die ja auch vorgenommen hat, die wird es bald nicht mehr geben. Und dann, beziehungsweise für diese Politik kommt jetzt eine Belastungsprobe, die sehr, sehr ernst ist. Schauen wir uns da zuerst mal die Lage in Deutschland an. Hier in Deutschland, da haben wir ja eine Regierung, die sich dem Klimaschutz voll verschrieben hat. Eigentlich. Aber es geht ja jetzt schon damit los, dass sie das Ganze alles hauptsächlich finanzieren wollte mit 60 Milliarden Euro aus dem Covid-Sondervermögen. Das sollte in diesen Klima- und Transformationsfonds fließen und das hat das Bundesverfassungsgericht aber gestoppt. Und jetzt ist schlicht und ergreifend kein Geld mehr da. Und das ja umso weniger in Zukunft, weil jetzt ja auch die Rüstungsausgaben nochmal stark steigen sollen. Und ich habe bis jetzt aber aus dem Volke noch nicht großartig Stimmen gehört, die gesagt hätten, bitte, bitte trotzdem mehr Geld für Klimaschutz. Streicht uns dafür doch lieber Sozialleistungen oder irgendwie sowas. Also massive Geldprobleme hier für den Klimaschutz. Und was noch dazu kommt, das ist aber auch, dass die Ampel für ihre bisherige Klimapolitik ja von den Bürgern auch schon so abgewatscht worden ist. So, dass sich jetzt schon die Frage stellt, ob da jetzt überhaupt noch irgendwas zusätzlich noch kommt und ob sich die jemals wieder aus der Deckung trauen. Die Wende bei dem Ganzen, das war natürlich das Heizungsgesetz. Die Leute haben dann in Panik letztes Jahr Öl- und Gasheizungen gekauft, neue und das tun sie immer noch. Viele sagen, das sollten die Leute lieber nicht tun, weil die CO2-Steuern ja jetzt immer mehr steigen werden. Aber ist man da mit der Wärmepumpe wirklich besser dran, fragen sich die Leute zu Recht. Der Strompreis ist ja auch immens hoch und der steigt eben auch. Und eben gerade durch die alternativen Energien. Da ist schon viel darauf hingewiesen worden, auf das Problem. Solarzellen werden immer billiger, Windkraft wird immer billiger, aber die Produktion schwankt eben. Und je mehr man davon hat, von alternativen Energien, desto mehr andere Kraftwerkskapazitäten muss man auch noch haben, die man dann aber meistens nicht nutzt. Und gleichzeitig ist aber zum Beispiel, wenn viel Sonne scheint, dann ist der Solarstrom fast wertlos, sodass die Anbieter keine große Lust mehr haben, dass sie jetzt noch mehr Solarkraftwerke bauen. Und die muss man dann eben auch noch subventionieren. Dann siehe dazu die explodierenden Stromkosten, zum Beispiel in Australien oder auch die Pleiten der Solarparkbetreiber in Chile. Beides eigentlich ideale Sonnenstromländer. Und trotzdem laufen da jetzt die Kosten für Strom aus dem Ruder. Ich habe das ausführlich beschrieben hier in meinem Video vom 4. Dezember. Und wenn das Themen sind, die für Sie auch interessant sind, ich würde mich freuen über Ihr Kanalabo. Dann können wir solche Dinge in Zukunft hier auch gemeinsam verfolgen. Gut. Und um das abzupuffern, das alles, da plant die Ampel hier bei uns jetzt ja 20 neue Gaskraftwerke. Kostenpunkt 16 Milliarden Euro und das ist wahrscheinlich noch sehr, sehr optimistisch. Und die Industrie will die natürlich jetzt nicht selber bauen und zahlen, weil die werden sich nicht rechnen. Und in Zukunft sollen die aber natürlich mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Und mit dem werden wir dann ja außerdem auch noch heizen, interessanterweise. Wer sich nämlich jetzt eine neue Gasheizung reinbaut, der braucht eine, die H2 ready ist, damit man sie dann eben auch mit grünem Wasserstoff betreiben kann in Zukunft. Aber abgesehen davon, dass man dafür das komplette Gasnetz auswechseln müsste und dass der grüne Wasserstoff wahrscheinlich erstmal schweineteuer wird. Aber vor ein paar Jahren hat man ja noch gesagt, grüner Wasserstoff wird nicht verheizt, weil das Verschwendung ist. Bei der Umwandlung von Strom in grünen Wasserstoff gehen 70 bis 80 Prozent der Energie verloren. Und so viel grünen Strom haben wir noch nicht. 80 Prozent von unserem Primärenergieverbrauch, das sind immer noch fossile Energien. Wir können es uns also eigentlich gar nicht leisten, dass wir en masse grünen Strom zu Wasserstoff verballern. Aber der soll ja dann in Zukunft aus Chile kommen und aus Namibia oder Algerien. Da hat man jetzt auch große Absichtserklärungen unterschrieben. Und ja, es kann schon eine Lösung sein, dass man Überschuss Solarstrom zum Beispiel, das man aus dem Wasserstoff macht. Und damit könnte man auch Schwankungen ausgleichen. Es ist aber schon die Frage, warum man jetzt in Chile Wasserstoff auf minus 250 Grad runterkühlen muss und in ein Schiff pumpen muss und um die halbe Erde rumschippern muss, wenn in Chile selber auch immer noch mehr als 70 Prozent vom Energieverbrauch aus fossiler Energie stammen. Oder in Algerien sind es sogar 99 Prozent. Es wäre also sowohl wirtschaftlich als auch fürs Klima viel sinnvoller, wenn die Länder ihren Wasserstoff erst mal selber nutzen würden. Aber dann erfüllen wir ja nicht unsere Klimaziele. Das ist auch so eine Perversion. Haben wir noch andere Energiespeicher als Wasserstoff? Nicht wirklich. Es gibt Speichersehen als denkbare Lösung, aber es ist bei uns undenkbar, dass man da nochmal größere hinbaut. Batterien sind auch unglaublich teuer und die helfen ja auch nur für ein paar Tage. Die bringen uns aber nicht vom Sommer in den Winter. Und dann gibt es noch so Ideen wie das hier von Energy Vault in der Schweiz. Eine 70 Meter hohe Krankonstruktion, die tonnenschwere Quader hochzieht und wenn man dann Strom braucht, dann lässt man sie wieder runterlaufen. Ein riesiger Apparat, der Millionen kostet, damit in der Dunkelflaute immer noch fünf Kaffeemaschinen weiterlaufen können. Es spricht schon wirklich Bände, dass man sich mit sowas überhaupt auseinandersetzt. Weil wenn man so damit den Speicherbedarf Deutschlands decken will, dann muss man mit solchen Anlagen dreimal das Saarland vollpflastern, sagt das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Und so ist es ja auch überhaupt mit neuen Technologien in dem Bereich. Kernfusion kann für die Zukunft irgendwann mal interessant sein, ist aber noch Lichtjahre weit weg. Und bei meiner persönlichen Energielieblingsform, der Geothermie, da gibt es leider auch immer wieder Rückschläge. Bei uns hier, da ist vor einiger Zeit deswegen eine Straße eingebrochen zum Beispiel. Und zwar ausgerechnet am Tegernsee, in Schickimicki-Rottach-Egern. Und der Bayer ist ja an sich schon technologieoffen. Aber nicht, wenn seine Gattin plötzlich in einem Erdloch verschwindet, samt Gucci-Tasche für 2000 Euro. Jetzt kann man aber natürlich auch sagen, selbstverständlich, was soll denn das ganze Gequatsche hier? Die Klimapolitik, die macht ja zum größten Teil gar nicht die Ampel oder hier die Bundesregierung, sondern die macht ja sowieso die EU. Und zwar hauptsächlich über das Emissionshandelssystem, über die CO2-Zertifikate. Die Ziele sind gesetzt und wir brauchen da jetzt hier auch gar nicht groß rumspadronieren, wie die erreicht werden sollen, weil der Preismechanismus, der sorgt dafür, dass sie erreicht werden am Ende und zwar unerbittlich. Das hat natürlich auch ein paar interessante Konsequenzen. Ich habe darüber auch schon mal ein ausführliches Video gemacht hier, weil in diesem System ist es nämlich völlig egal, ob Sie jetzt von Hamburg nach München umweltfreundlich mit dem Zug fahren oder aber mit dem Auto oder ob Sie gleich fliegen. Es bringt grundsätzlich nichts, wenn Sie Energie sparen wollen, weil Sie können sich da anstrengen, wie Sie wollen. Die festgelegte Menge CO2 in diesem Emissionssystem, die wird auf jeden Fall freigesetzt. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und davon abgesehen, die EU-Kommission, die will ja, dass die Emissionen bis 2040 um 90 Prozent fallen sollen im Vergleich zu 1990. Das sind jetzt noch 16 Jahre. Meiner Meinung nach wird man das nie schaffen. Aber was man immer vergisst, auch Klimapolitik braucht ja irgendwo eine demokratische Legitimation, zumindest hier in unseren Breiten. Und es ist eben Superwahljahr und im Juni sind auch die Wahlen für das Europäische Parlament. Die jetzige Klimapolitik wird getragen von der EVP, von den Sozialdemokraten und von Renew, also von der von der Leyen-Koalition. Und da knirscht es jetzt ja schon. Aber die letzten Jahre sind eben fast in ganz Europa genau die Parteien stärker geworden, die so eine Klimapolitik ablehnen. Und über das Klimaziel der Kommission, darüber kann aber erst das nächste neue Parlament abstimmen. Das soll heißen, es ist nicht so unwahrscheinlich, dass das Klimaziel kippt dieses Jahr. Aber selbst wenn es nicht kippt, kriegen wir dann die nächsten Jahre über den Emissionshandel wahrscheinlich einen derart hohen CO2-Preis, dass der Widerstand eben immer noch mehr steigen wird. Wir haben nämlich meiner Meinung nach zumindest nicht die Strukturen, dass wir dieses Klimaziel schaffen können. Und die einzelnen Privatleute und die Unternehmen, die können sich zwar schon selber überlegen, wie sie jetzt konkret CO2 einsparen. Aber sie haben eben keinen Einfluss darauf, ob es überhaupt so viele alternativen Strom gibt oder ob es die Stromnetze gibt oder ob es die Speicher gibt oder Wasserstoff und so weiter. Und dann kommt es zum Spruch, wenn Energie dann wirklich immer teurer wird und wenn der Schaden immer größer wird und wenn der Widerstand wächst, drücken die das dann trotzdem durch auf Gedeih und Verderb? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Ganze wird dann gekippt oder stark verwässert. Wir stehen jetzt ja erst am Anfang von dem Ganzen. Und trotzdem haben wir ja jetzt schon in Deutschland den Industriestrompreis zur Entlastung für die, die viel Strom brauchen. Und dass man sowas macht, ist ja auch völlig nachvollziehbar, weil die sind nämlich sonst vielleicht bald weg. Aber das Ganze geht natürlich trotzdem komplett gegen den Geist vom Emissionshandel und untergräbt den auch komplett. Also wie soll das dann weitergehen damit? Und dann gibt es ja auch noch den Rest der Welt und da kommen über 90 Prozent der CO2-Emissionen her. Und ein Land fällt da ganz besonders auf, nämlich die USA natürlich, mit einem Pro-Kopf-Ausstoß, der fast doppelt so hoch ist wie hier bei uns. Und Joe Biden, der macht ja Klimapolitik hauptsächlich mit Subventionen und die benachteiligen aber die Handelspartner sehr stark. Aber auch in den USA sind eben dieses Jahr Wahlen. Und es ist völlig klar, wenn Donald Trump gewinnt, dann ist es auch da vorbei. Donald Trump führt ja regelrecht einen Kreuzzug gegen die Klimapolitik, die es da gibt. Und wenn man jetzt so Dinge hört, wie dass ein Solarkonzern, so wie Meyer Burger jetzt sein Werk in Deutschland zumacht und dafür massiv in den USA investiert, weil da die politische Unterstützung besser ist, da denkt man sich natürlich unwillkürlich, na hoffentlich täuschen die sich da nicht. Aber die werden schon wissen, was sie tun. Und außerdem, wie schon mal gesagt hier, vielleicht haben sie ja auch Glück und Donald Trump denkt, Meyer Burger ist eine Fast-Food-Kette. Und die größte, wichtigste Konsequenz aus dem allen, das wäre natürlich, dass Donald Trump dann sofort aus dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder austreten wird. Und das trifft dann natürlich auch den Klimaschutz weltweit. Es ist ja jetzt nicht so, dass die anderen Länder gar nichts machen würden. China zum Beispiel will auch bis 2060 klimaneutral werden. Und es ist ja auch im Moment das Land, das die meisten Windparks und Solarparks hochzieht. Oder auch Indien. Indien will auch zu einer Solargroßmacht aufsteigen. Aber insgesamt ist es bei den Klimagipfeln natürlich trotzdem immer noch so wie in den letzten 30 Jahren. Auch nichts ist verbindlich, keiner will sich festlegen. Und gerade die vielen ärmeren Länder, die sind da sehr, sehr misstrauisch. Und das ja auch zu Recht. Sie sehen, dass die reichen Länder ihnen Belastungen reindrücken wollen. Aber die reichen Länder selber halten sich ja auch nicht an alles. Entweder schaffen sie ihre Zusagen nicht oder sie springen, so wie die USA, auch gleich ganz ab. Und das wirft aber die Klimapolitik international auch zurück. Und das ist eben leider das Entscheidende. Weil, und damit sind wir wieder am Anfang, Klimaschutz im Alleingang macht eben nicht viel Sinn. Das sagt zum Beispiel auch Professor Sinn. Der hat die europäische Klimapolitik ja scharf kritisiert. Und er sagt ja immer, nur ein Klimaclub, ein Verbund von allen großen Volkswirtschaften, der geschlossen vorgeht, nach innen und nach außen. Nur dadurch kann man das Ganze in den Griff kriegen. Aber es sieht eben nicht danach aus, weil es diese Zusammenarbeit nämlich nicht wirklich gibt. Und weil es die in Zukunft vielleicht sogar noch viel weniger gibt. Und das Ergebnis von dem Ganzen kennen wir alle. Trotz aller Beschwörungen und trotz vieler, vieler großer Anstrengungen gibt es so gut wie keinen Fortschritt. Auch 2023 sind die CO2-Emissionen weltweit auf einen neuen Rekord gestiegen. Und die Erfolglosigkeit von dem Ganzen heizt den Widerstand dagegen natürlich noch zusätzlich an. Was heizt den Widerstand sonst noch an? Es gibt ja jetzt in Deutschland endlich wieder ein Buch, das das Land so richtig durchgerüttelt hat. Und es ist kein neues kommunistisches Manifest. Es sind auch keine Hitler-Tagebücher, sondern es ist die neue Häschenschule von Anke Engelke. Der böse Fuchs aus der Originalausgabe vor 100 Jahren, der ist jetzt Veganer und frisst Moorrüben. Dafür ist der Bauer jetzt der Böse, weil er alles vergiftet und mit seinem Mädrischer alles zerhexelt. Und das Land ist im Aufruhr über dieses Buch. Die einen finden es ganz toll, endlich mal ein Buch, das kindgerecht die globalen Probleme vermittelt. Aber viele andere sind auch außer sich und sie schreiben, das ist Gehirnwäsche. Und Anke Engelke ist ein Systemling und das Buch muss verdammt nochmal verboten werden. Da haben wir sie wieder, die großen Konfliktlinien, weil die ganze Aufregung insgesamt, natürlich ist die ein bisschen gaga. Aber die Leute mögen es eben nicht mehr so, wenn sie belehrt werden, aber wenn sie gleichzeitig das Gefühl haben, die Belehrung, die kommt irgendwo aus dem Wolkenkuckuckshahn. Und den Schuh müssen sich speziell die Grünen eben leider auch ein bisschen anziehen. Die Grünen sind angetreten hier mit einem Heile-Welt-Versprechen. Klimaschutz mit Wirkung, sichere Arbeitsplätze. Das war damals so ein Plakat. Es gab übrigens auch noch andere Plakate, so wie das hier. Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Das jetzt aber nur mal zur humorvollen Auflockerung. Das ist natürlich ein anderes Thema, das auch sehr kompliziert ist, klar. Aber Klimaschutz und Arbeitsplätze, das war das Versprechen. Und jetzt haben wir aber das Gefühl, wir haben weder das eine noch das andere. Und darum müssen jetzt eben auch mal wirklich Konzepte, klare Konzepte auf den Tisch. Und man muss den Leuten aber auch ganz ehrlich sagen, was auf sie zukommt und dass das alles auch seinen Preis hat. Bei McKinsey zum Beispiel, da schätzt man, wenn die Welt 2050 klimaneutral werden soll, dann kostet das 275 Billionen Dollar. Und der IWF sagt, wenn ein typisch reiches Land das nur mit Subventionen schaffen will, dann steigt seine Verschuldung dadurch um 45 bis 50 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und das geht einfach nicht. Der Staat kann uns also den Klimaschutz nicht einfach so hinstellen. Es muss irgendwie anders laufen. Und die Leute wollen ja nach wie vor Klimaschutz. In Deutschland laut einer Umfrage von der Bertelsmann Stiftung sind das 69 Prozent. Nur 76 Prozent befürchten eben auch, dass das ziemlich teuer wird und wahrscheinlich auch zu Recht. Und darum müssten jetzt eben die Karten auch mal auf den Tisch. Meine persönliche, unmaßgebliche Meinung zu dem ganzen Thema ist, wer heute sagt, Klimaschutz ist einfach Quatsch, der sollte sich vielleicht schon mal fragen, ob er das vielleicht nicht nur darum denkt, weil das auch eine sehr bequeme Lösung ist, wenn man das alles nicht ernst nimmt. Aber auf der anderen Seite, wer Klimaschutz einfordert, der muss sich darüber im Klaren sein, dass das alles auch seinen Preis hat, erstens. Und dass wir diesen Preis möglicherweise auch dann zahlen müssen, ohne dass es am Ende was bringt. Und so wie es im Moment ist, läuft es genau darauf leider raus. Ich bin da nicht wahnsinnig optimistisch. Aber lassen wir uns überraschen. Und damit jetzt nicht alles zu traurig wird, kriegen Sie jetzt, lese ich Ihnen jetzt noch kurz, die Antwort vom Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt vor an Anke Engelke. Ein Auszug. Ach Anke, darf ich dich mal stören? Wer macht denn eigentlich die Möhren? Ich sage es dir, dann bist du schlauer. Auch die Möhren macht der Bauer. Ja, eben, wir wollen doch mal bei den Fakten bleiben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bei meinen nächsten Videos auch wieder dabei sind. Vielleicht ja sogar als neuer Kanalabonnent. Zum Kanalabo geht es hier unten. Bis bald hier in der neuen Häschenschule. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.